Wichtig wird es heute hier bei der FC-Pro-Live-Challenge Nummer 1, Premium-Gold-Profi-Gap-Pack. Gibt es da, Trader wird zurück und das ist wichtig für die eine Objective-Geschichte, wo wir ja eben FC-Pro-Live-Challenge 1, 2 und 3 machen müssen. Morgen wird wahrscheinlich dann 2 kommen, der Tag drauf die Challenge Nummer 3. Wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann gerne hier Abo drücken oder auf jeden Fall einfach morgen Abend wieder einschalten. Gerne jeden Abend. Ich bin jeden Tag für mindestens ein mit einem Video für euch am Start. Und wie gesagt, heute war auch wieder Doppel-Upload am Start. Also das Premium-Gold-Profi-Pack, fangen wir damit an, Freunde. Denn das ist ein bisschen tricky. Ich bin gerade eben im Gefühl auch verzweifelt, aber ich gebe euch jetzt mal den Schlüssel mit, wie das Ganze funktioniert. Und dann könnt ihr einfach die Spieler, die ihr bei euch im Verein habt, eben nutzen. Gehen wir kurz erstmal die Voraussetzungen durch. Mindestens 5 Spiele, äh, mindestens 5 Ligen, so rum. Ey, Spieler logischerweise, 31 Team-Spiel, mindestens 80er-Gesamt-Gerateten-Squad, mindestens 3 seltene, maximal 3 aus einem Verein und mindestens 4 Länder, so rum. Ja, so, was ist jetzt hier das Ding? Ihr seht, ich bin grundsätzlich erstmal mit der League-Or gegangen. Ihr entscheidet uns erstmal jetzt für eine Liga-Nation. Denn, weil wir mit der League-Or gegangen sind, sind wir dann natürlich mit den restlichen, unter anderem vielen Franzosen gegangen. Das wird gleich noch wichtig. Also, erster Step ist, wie mein Beispiel jetzt hier, wir haben League-Or genommen. Davon haben wir, genauer gesagt, 7 Stück genommen. Und wir haben hier mit Stürmer David, mit Minamino und mit dem Innenverteidiger Medina, 3 aus dieser League-Or, die einfach eine Random-Nation haben. Der Rest aus der League-Or, seht ihr, sind Franzosen. Und das ist eben der Grund, warum wir die anderen, wo wir dann ja noch die Ligen jetzt brauchen, eben ebenfalls aus Frankreich genommen haben. Das heißt, da muss eine Top-Nation am besten am Start sein. Ob es Brasilien ist, Deutschland, in meinem Fall jetzt hier Frankreich, das ist grundsätzlich erstmal egal. Aber eben diese 3 anderen Länder holt ihr aus der Liga, wo ihr ja meistens Spieler von am Start habt. Und das ist in dem Beispiel hier jetzt eben League-Or. 7 Spieler dann aus der League-Or in dem Beispiel, 3 eben davon aus einer anderen Nation und der Rest ist aufgefüllt mit anderen Ligen. Ja, also dann zum Beispiel hier Fofana mit der Serie A, hier die Frauenliga, ZOM und TEL Bundesliga hier unten auf der rechten Seite oder Premier League zum Beispiel mit Gusto. Also ihr seht, wichtig, eine Main-Nation-Main-Liga zu nehmen, das Ganze zu kombinieren. Also das gebe ich euch auf jeden Fall mit. Könnt ihr theoretisch auch 1, 2 jetzt nachbauen, aber ich bin mir sicher, dass ihr auf jeden Fall diesen Schlüssel bei euch im Verein habt. Okay, ganz, ganz wichtig. Und dafür bekommen wir dieses Primo-Gold-Profi-Pack und erzielen vor allen Dingen, wie gesagt, dass wir diesen Gruppen-Reward fertig machen können. Das ist ja das Wichtige. Deshalb hier FC-Pro-Live-Challenge, das ist die Lösung zu dieser SBC und ich hoffe, ich konnte euch auf jeden Fall damit schon mal weiterhelfen. Dann gehen wir jetzt erstmal rein und zwar zu den Packs, Freunde, würde ich sagen. Bevor wir uns die neue Evolution anschauen, öffnet ihr jetzt mal hier ganz entspannt das Gold-Profi-Pack. Au, Walkout direkt, Torwart! England! Ey, nice! Freunde, nehmen wir doch sehr, sehr gerne mit. Nehmen wir doch sehr, sehr gerne mit. Ist das jetzt gerade, das müsste das Pack gewesen sein, ne? Mit der Puzzle-SBC. Erps, here we go. 86er Rating. Und ja, perfekt. Das Ganze ist ja dann auch schön tradable. Mega, 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 mega. Okay, Transfer ist das voll. Dann machen wir kurz ein Discard. Und werden sich wahrscheinlich durch die SBC auch viele dann Gold-Karten auf jeden Fall verkaufen. Und jetzt das 81 mal 3er. Kein Walkout. Und dann die Frage der Fragen. Was ist in dem wunderbaren 50k-Pack? Top oder Flop? Let's go. 83 plus garantiert oder höher? Es wird kein Walkout bei mir. Es wird ZM. Es wird Kreysha. Walkout wäre ein Modric gewesen. Ist er in dem Fall hier jetzt nicht. Leider nichts Besonderes. Was war noch im 50k-Pack drin? Schreibt es auf jeden Fall gerne rein. Amen.